Jetzt wird alles anders! Wollten Sie denn eigentlich wirklich Filme machen oder wollten Sie in Wahrheit doch einfach immer provozieren? Der Schwachsinn, der Geist hat ja nur immer rum. Ich meine, Obsession ist wichtig. Stellen Sie sich das Weiterleben der deutschen Kinolandschaft vor, wenn irrsinnig viel Geld in Monumentalfilme gesteckt wird. Was für eine Idee steckt da überhaupt dahinter? Hat der überhaupt eine Idee? Was soll diese dämliche Frage? Menü Total lief bei der Berlinale. Da ist den Wenders nach zehn Minuten rausgegangen und 400 andere Menschen mit ihm. Nach dem Film gab es eine Schlägerei im Publikum. Mein Vater kam an und weinte und sagte, warum hast du so einen Film gemacht? Eine Kritikerin kam an und sagte, der Film ist großartig. Und meine Patentante, die Schwester meines Vaters kam auch und sagte, super lustig. Und das ist ja auch die Verwechslung bei mir, dass die Leute so oft meinen, ich will provozieren. Und als Sohn eines Apothekers, was ich schon oft gesagt habe, mein Vater hat die Leute mit Mini-Portionen Gift geheilt. Wir machen am 6. August Urlaub am Wolfgangsee und fordern alle Arbeitslosen auf, mit uns gemeinsam dorthin zu kommen. Wir haben das errechnen lassen, wenn sechs Millionen einsteigen, steigt der Wasserspiegel um zwei Meter. Und wenn euch morgen jemand fragt, warum habt ihr so viel Spaß gehabt, dann sagt ihn, dass ich daran, weil ihr es ernst meint und weil er ernst ab sofort hart ist. Ich gehöre ausgewiesen aus Österreich. Weil wir es immer ehrlich gemeint haben und ich bin oft gefragt worden, Christoph, wo nimmst du nur all diese Kraft her? Und ich habe immer gesagt, weil ich an die Sache glaube! Weil ich an die Sache glaube!